Hallöchen ihr Lieben und sonnige Grüße. Ich habe mir gerade mal wieder die kroatischen Nachrichten angehört. Verlinke ich euch gerne unter dem Video. Ganz, ganz großartig. Also ich war schwer begeistert. Ich habe deutsche Nachrichten schon lange nicht mehr gehört oder gesehen. Ich weiß, dass da nur alles deprimierend ist und deshalb schaue ich das auch schon länger nicht mehr. Und habe gehört, ich weiß nicht, hört euch das selber gerne nochmal an, wie ihr das versteht, dass die Preise auf alle Fälle gesenkt werden sollen für die Normalmenschen. Gut, hätten sie auf den 31.12.2022, so war der, also die Preisvorstellung hat die Politik. Jetzt haben sie natürlich noch die ganzen Touristengelder mitgenommen, die Touristeneinkäufe mitgenommen, was ich natürlich auch verstehen kann. Jetzt werden die sich am Dienstag die Politiker mit den, mit der Lebensmittel, mit den Ketten wohl zusammensetzen und dann das Verhandeln, das Ganze. Ansonsten wird es wohl, so wurde es gesagt, eine Strafsteuer, eine Art, sind Steuern nicht immer Strafen, eine Sondersteuer eingeführt, weil es nicht sein kann, dass die großen Firmen, die, ja, dass die immer mehr Umsätze und immer mehr Gewinne einfahren und die Bürger letztendlich darunter leiden, was ja wirklich wahnsinnig teuer geworden ist, dank dem Euro. Dann nochmal die Saison, da wird es alleine wahrscheinlich schon wieder ein bisschen günstiger werden, nach der Saison und dass eben auch die Menschen hier Steuererleichterungen bekommen sollen, damit die Gehälter einfach ein Stückchen weiter hoch gehen. Also war ich total begeistert, auch in Polen, weiß ich, eine Freundin von mir ist nach Polen ausgewandert. Wow, da gibt es wirklich tolle Programme, dass der Sprit nicht so teuer wird. Dann haben sie Fleisch- und Milchprodukte letztes oder vorletztes Jahr auch noch wahnsinnig unterstützt, dass das nicht teurer wird. Also da gab es wirklich, wirklich viele Sachen. Und dass die jetzt dann hier auch mal aus den Puschen kommen, kann man ja von Deutschland dann nicht behaupten. Da wurde ja sogar gesagt, ja, es wird ja alles schlechter geredet, als es wirklich ist. Und ganz ehrlich, die großen Firmen, entweder die halten nur noch die Hand auf oder sind eh schon verschwunden. Also finde ich ganz, ganz großartig. Habe ich mich riesig gefreut heute beim Kochen, als ich das nebenbei gehört habe. Wollte ich euch berichten. Ich lasse es euch wissen, wie es dann wirklich ist, wie es auch im echten Leben ist, im Einkaufsmarkt. Jetzt war ich ja in Zagreb auf dem Markt, da kommt das Video noch. Also da waren die Preise wirklich, wirklich angenehm. Ich habe noch nie in Kroatien so günstige Blumen gesehen, sondern ich habe sie selbst gepflückt draußen. Da war ich begeistert, auch Obst, Gemüse auf dem Markt. Also das war hier im Pooler, ist das wirklich teuer geworden. Jetzt wird es natürlich wieder günstiger, wenn die ganzen Touristen weg sind, obwohl jetzt wirklich noch alles voll ist, erstaunlicherweise. Auch bei uns noch ganz gut gebucht. Das freut mich natürlich riesig. Der September ist so wunderschön hier und so richtig, richtig warm. Also von daher, nein, bin ich nur durchweg begeistert. Wollte ich euch berichten und teilhaben lassen. Bis zum nächsten Video. Sonnige Grüße. Tschüss. Tschüss.